Deswegen ist es sehr gut, damit sie ein paar Pflanzen pflücken kann, die wir sehr gut für Alchemie verwenden können. Huch, perfekt. Der kleine Tor. Okay, deswegen tue ich... Soll ich hier speichern? Nee, keine Lust. Keine Lust. Keine Lust für Mätzchen. Okay, ich lasse es lieber. Ich höre lieber auf, bevor du durchdrehen. Oh Mann. Äh, äh, ja. Möö, möö. Okay. Ja, äh, äh. Alte Hangestelle. Okay, ich lasse sie machen. Äh, wie wollen wir die restliche noch erkundigen, die restliche Gegend? Nur, ich will jetzt so schnell wie möglich die Schatztruhe finden. Da, wie wir das dann mal hinter uns haben. Hm. Ach. Ach, wie ist das schön, dieses Spiel zur Let's Pläne. Das Spiel ist einfach nur wunderschön. Ach, da. Gut, hier haben wir die Schatztruhe. Ja. Ja. Alter, hier. Benutzt den Dietrich mit der Schatztruhe. Oh. Scheiße, ich habe doch den Schlüssel. Aber ich habe doch kein Dietrich gebraucht. Na, scheiß drauf. Hier haben wir jetzt wieder 15 Dukaten. Sehr gute Ausbeute. Hier, Ulmenholz können wir immer gut gebrauchen. Harris? Ja? Hier. Da kannst du ein bisschen Pflanzen pflücken gehen. Halt mir. Ähm. Hallo? Da. Ich mach das schon. Bleichmond. Geil. Okay. Und. Dort lang. Hallo. Alter, Fyrus. Gut. So. Die macht mir ein bisschen krank. Aber egal. Die längere voranzubringen. Wir marschieren durch die Wald. Da, da, da. Wir marschieren durch die Wald, wie die Helden von Norden. Wir sind nur... Okay, ich lasse es lieber. Bevor ich wieder D-Abos bekomme. Nee, eigentlich ist es mir komplett egal. Komplett egal ist es mir. Und ja, was haben wir denn da? Oh, schäbige Kiste. In der schäbige Kiste. Hier, wir machen einen Hack. Du machst den hier. Und du machst den hier. Hier, nimm das. Hi God! Sehr gut. Scheiß. So. Boah, wir bekommen so viele Sachen, ey. Ist auch unfassbar. Unfassbar, ich stasche hier. Unfassbar. Boah, ich hoffe, das Spiel stürzt mich nicht wieder ein. Weil ich habe, um ehrlich zu sein, habe ich schon vorerst zweimal aufgenommen. Bei mir ist es aber undauernd bei derselbe Stelle des Spiels. Ist mein PC komplett abgestürzt. Deswegen habe ich euch das nicht hochladen können, beziehungsweise nicht rendern können, weil die Dateien zu beschädigt waren. Deswegen musste ich alles wieder von vorne machen. Und das dreimal. Na, zweimal. So, herum. Hier. Zerstöre die Schäbe, gegiss mit deinem Schäbe. Geil. So. Hier. Hier, Dietrich. Hier. Geil. Was haben wir denn da Schönes? Ähm. Oh Mann, ey. Dieses Spiel macht mich krank manchmal. Aber egal. Das Spiel ist trotzdem so wunderschön. Oh. Möp. Möp. So, was haben wir denn da? Hm. Entschuldigung. Ich bin ein Ferkel. Aber trotzdem. Möp. Ähm. Ich sag dir wie immer dasselbe. Ist ja alles nur menschlich. Alter. Was riecht ich denn da? Egal. Das wollt sie nicht wissen. Das wollt sie überhaupt nicht wissen. Äh. Dumm. Okay, ich lasse lieber. Ja. Oh, was haben wir denn da? Oh, Einbeeren. Sehr gut. Die Einbeere können wir sehr gut, ähm. Beim Alchemie. What? What? Guano, was hast du denn da genommen? Guano? Äh. What the? Alter, Guano. Nimm keine Drogen. Das tut dir nicht gut. Alter. So, ich wollte sagen, die Einbeeren sind deswegen sehr gut, weil wir aus die coole Heiltränke machen können, die im späteren Spielverlauf sehr nützlich werden können, könnten, können, diesmal, kann, werden, sein, sollen. Ne. So. Ne. Ab und zu passiert es auch, dass es fehlgeschlagen wird. Dass die Faris zu doof ist und aber Erdbeeren pflücken können. Ja. Ja, okay. So, Einbeeren hier. Sehr gut. Boah, was wir denn heute noch alles machen? Keine Ahnung. Glumon-Tee, äh, Glumon-Blätter können wir auch gut, äh, gebrauchen. Ich glaub, bei, äh, Glumon-Blätter können wir Tränke zusammenbrauen, die den Mana-Ansatz erhöhen. Oder, oder Astral-Energie. Weil Mana, ne, Astral-Energie. Wer kommt denn bitte zu einem beschissenen Namen? Astral-Energie. Einfach nur Mana, das reicht ja vollkommen. So. Hier. Sanyasa. Was machen meine Freunde? Die schlafen wohl ein. Oder die schlafen wohl ein. Je nachdem, wie man es gerne nennen möchte. Äh, du machst das hier, du das hier, du das hier und du das hier. Ja, bam. Das geht flott. Warum? Alter, die Faris, äh. Ah. Nein, 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 okay, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Äh. So. Dum, bum, bum, ba, dum, bum, bum, bum. So. Hm. Hier. Wieder ein paar Einbären. Können wir sehr gut verwenden. Ja. So. Hier haben wir ein paar Wildschweine hier oben. Die sollen uns eher weniger interessieren. Und hier haben wir ein Grizzlybär hier oben. Also, ich weiß nicht, ob er die sehen kann. Kann man den da von da sehen? Ja, da. Den will ich lieber nicht anlegen, weil gegen Bären zu kämpfen ist immer sehr schlecht. Außer man ist zu besoffen. Dieser Ort wurde sicher von Zauberkundigen geschaffen. Ich kann die Magie spüren, die von ihm ausgeht. Bleiben wir besser nicht zu lange. Ja, meinetwegen. So, wo ist das magische Einhorn? Hä? Wo ist das magische Einhorn? Ich will mein Geld zurück. Man hat mich bedroht. Äh, ja. Scheiß drauf. Geh mal, Ampferd. Was haben wir da? Ein paar Felsen. Okay, gut, dass es angezeigt wird. Ich hätte so nicht gewusst, dass das Felsen sind. Aber egal. Äh. Dum, 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 dum. Geh mal vorbei, 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 vorbei. Wir können wohl da die ganzen Viecher da kämpfen, aber... Ja, ich hab da weniger Lust jetzt drauf. So, jetzt gehen wir... Da können wir noch ein bisschen erkundigen. So, nördlicher Wald. Nördlicher Wald. So. Dum, bum, 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 bum. Ein paar Wölfe, die wir nicht kämpfen wollen, denn ich bin zu faul, er soll kein Schwein interessieren. Dum, bum. Okay. Ich lass die mal. Okay, da sind ein paar Wölfe und ein paar Drecksscheiß-Drek da, aber das soll uns nicht interessieren, deswegen gehen wir mal weiter. Alter. Stöhnt sie nicht zum Atom? Hat sie gerade Sex oder was haupt sie denn da? Ey, Alter. Stop. ZERN